Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Magen! Sie waren Befehl zu widersetzen! Es war ein Haufen niedersträchtiger, dreulöser Feindling! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die für Sie verlieben. Was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Sie sind ohne Ehre! Niedersträchtiger, dreulöser Feindling! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Der Krieg ist verloren. Tun Sie, was Sie wollen. Das war's.